Sie ist super lieb, sie geht auf die Leitzur, sie ist total freundlich, total nett, total super vom Charakter her. Ich bin der Michael Dürscherl, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Personensuchendeführer bei der Diensthundegruppe Regensburg und bin hier seit 1.3. dabei und habe eine Weimarane Hündin, eine 3 Monate alte, und der Name von der ist Lely. Musik children Schicksal Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018